Besser kann man das nicht machen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, Thomas ist ein guter. Thomas Müller Thomas Müller 96 Abschluss Wisst ihr was ich dazu sage? Warte, 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 warte. Wisst ihr was mir dazu einfällt? Zu 96 Abschluss? Das ist er hier Junge, der allerbeste. Das ist er hier Junge. 96 Abschluss. Jetzt ist das Frau, das ist das Frau, das ist das Frau. Aaaaaaah, Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Heeeeh! Kaih, Aaaaaaaah! Aaaaaah! nicht den Ball an und dann drückt. Ich kann mir das heute nicht mehr geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sauber. Ich kann den Spieler nicht wechseln. Kann das wegkippen? Ich konnte den Spieler nicht wechseln. Was ist das? Warte, guck mal da unten. Oh mein Gott, was für ein sexy Pass, Bruder. Sag was du willst. Der ist drin, 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 der ist drin. Der geht. Ja, Alter. Alter, was? Was? Die Szene muss jemand klippen. Von Ronaldos Chance, dass Neymar dann nicht den Ball trifft und dass er dann keinen Elfer gibt. Er macht ihn nicht. Er macht ihn nicht. Hä, warum macht der so Faxen? Was? Es war ab sechs. Deckt die Leute, deckt die Leute. Ah, guck mal, was der jetzt macht. Hä? Hä? Was ist das? Hä? Hä? Was geht hier? Schieß rein! Geht nicht! Hä? Was ist das? Bitte kipp, bitte kipp! Er stolpert. Ist egal. Er ist direkt wieder anspielbar und schneller als mein Angelinho. Ich tackle ihn nochmal weg. Ist egal. Auf einmal fliegt er. Ja? Da hat er dann den Besen von Harry Potter in seinem Arsch. Da tackle ich ihn nochmal weg. Und was auch immer Ramos da macht. Eine Minute Zeit, eine rote Karte zu kassieren. Zeit läuft jetzt. Let's go! Wenn er die Nachricht gelesen hat. Eine Minute Zeit für eine rote Karte. Du hast eine Chance auf dem Fett und eine Minute Zeit für eine rote Karte zu kassieren. Alter, wie geht's dir? Wir kommen hier. Alter, schnell eine rote Karte, Freunde. Läuft! Zeit läuft! Komm! Rote Karte! Zeit läuft! Eine Minute! Gebt mir jetzt eine rote Karte! Zeit läuft! Nimm den Ball! Zeit läuft! Oh, Baby, diese andere Nervosität! Herzlich willkommen, Junge! Du bist dabei! Bruder! Foul gemacht hat nicht gereicht! Hat versucht, sie von noch ein Foul! Gebt jetzt eine rote Karte! Rote Karte, 20 Sekunden sind gelaufen! Gebt jetzt rot! Hol dir die rote Karte im Strafraum vielleicht! Oh, Baby, daneben gerutscht, Junge! 30 Sekunden noch! 30 Sekunden! Gebt jetzt rot! 20 Sekunden! Gebt jetzt rot! 10 Sekunden! Oh, Baby, er rutscht daneben! Schlechte Gritschen! Nein, nein, nein! Zehn Sekunden! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Drei! Zwei! Zwei! Diese Scheißkacke! Leider diesmal nein! Aber vielleicht... Es ist unmöglich! Leider diesmal nein! Es ist unmöglich, Freunde! Ich sag's euch! Neun! Was?! Digga! Also jetzt! Spätestens jetzt! Digga! Was?! Seitenwechsel! Ja! Bitteschön! Oh mein Gott! 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 Klipp, Klipp! Ne! Oh, das hat aber zweimal Pech gehabt da! Oh, Alter! Digga! Wie kann man so... WTF, wie kann man so viel Glück wie Beppo haben? Du regst dich heute! nicht auf! Du regst dich heute nicht auf! Nein, nein, nein! Du regst dich heute nicht auf! 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 Ach so, ist das ein Scheißspiel! Ich hasse... Das Spiel, Mann! Es kotzt mich an! Ohne Witz! Der Typ ist ne Null! Der blockt ihn richtig gut! Der geht rein! Der blockt ihn richtig gut! Unser Druck geht der Ball! Also ohne Witz was mit EA! Ne Digga! Also da kann man auch keine Verständnis zeigen! Macht der... Macht einfach keinen Sinn! Macht einfach keinen fucking Sinn! Guck es dir an! Also Digga! EA! Ja aber du bist ne Pfeife. Ja aber... Ah ich kann ja ausrasse! Hä? Ja... Wo Baum ist schmerz��! Jörg wie bist du das? Das hat gerade kurz Nackenpokalis zusammengehabt. Dieses Spiel. Dieses Spiel, Alter. Geil, Junge. Wir sind durch. Finale, Leute. Finale. Finale. Schwezo. Schaut euch, das ist Finale, Leute. Das ist Finale. Das ist Schwitzen. Das ist ein Schwitzer. Oh, ja. Entschuldigung, was der Professor. Opa. Da kann man Gitarre spielen drauf, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Den Bruder würde ich auch immer ausknitten. Uns fehlen dann noch 24 Spapels. Äh, 124. 124? Ja. Ja? Ja. Bist du dir sicher? Äh, nee. 174. Du plus du ist vor. Minus one, that's three. Quick, max. Rein mit dir. Ich bin so sauer, wirklich. Ja. Schau mal, schau mal. Sie verschwinden. Sie verschwinden einfach. Es kommt wieder aus dem Nichts. Insignia in die Startaufstellung. Alle anderen verschwinden. Sie waren noch nie hier. Ey. Dem Bruder geht es gar nicht gut. Unfassbar, was hier abgegangen ist in den letzten... Guck mal hier, guck euch das mal an, was ist das? Ich schwöre mal, ich schwöre mal, ich schwöre mal! So krass! Aber ich hab halt 1,96. Länger noch. Und halt auch trotzdem nicht viel zu große Wampe. Guck mal, was war das? Zack! Außerhalb vom Strafraum. Aus der eigenen Hälfte. Hier krieg ich, hier kriegst du wieder alles geboten, sag ich euch. Treff außerhalb des Strafraums. Naja, da knall ich halt aus der eigenen Hälfte rein. Findest du das Gameplay besser auf der PS5? Was zur Hölle war das denn? Was zur Hölle? Was, was, was? War das, das muss Absicht gewesen sein, oder? Also, das war Absicht, oder nicht? Oder war das ein Bug? Nein! Och, er genau geahnt, Junge, und er... Ich mach das, ey, dieses Spiel macht mich verrückt. Was macht der, ey? So lächerlich. Was ist das, EA Sports? Was soll das? Was ist das, EA Sports? Ich seh gar nichts. Ich seh nicht mal den Ball. Was für ein Laden, ey. Kannst du mir was über etwas... Kannst du mir was über etwas dich erzählen? Was? Kannst du mir etwas über dich erzählen? Ja, ich bin sehr lost. Ey, ich glaub mir nicht. Messi? Nein. Benzema. Benzema! Nein. Messi. Ja, da ist er. Ja! Was, er pfeift einfach! Ja, er pfeift einfach! Warum? Na, okay, wir sind auch schon siebte Minuten nach Spitzzeit, oder so. Ich hab nicht mal mehr was gedrückt! Ich hab nichts gedrückt! Ich hab nichts gedrückt! Das war jetzt originales EM-Eigentor, Alter! Was war das denn? Hä, wohin? Ach du Scheiße! Ja, und jetzt wissen wir auch wieder, wo wir gelandet sind. Daftladen, ey. Genau das ist es, Digga. Wohin spielt er den Ball? Meine Fresse! Ich hab doch keinen Bock auf die Scheiße! Digga! Was macht mein Keeper? Oh mein Gott! Alles Digga geworfen, Chad! Yes! 99! Billy! Wiederschauen! Und reingehauen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie gut ist das denn gebaut? Hilfe! Oh mein Gott! Was? Es ist einfach perfekt gebaut! Vom Rating und so! Vom Chemie alles! Ach ne! 88er Rating! Oh! Wir können sogar noch ein bisschen runter gehen! Warte mal kurz! Es ist einfach perfekt gebaut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habt ihr den Ball gerade gesehen bei dem? Na, nicht guter Mann! Wo ist er? Was? 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 Was macht denn Jordi Alva? Also bitte, Jordi! Du kannst auch Alessandrini den Ball einfach reinmachen lassen! Also das ist nicht das Problem! Du musst ihn nicht schon vorher einköpfen! Okay Mitchell! Wollen wir bei 21 Minuten, 44 Minuten und 40 Sekunden suchen? Du bist zu krass, Digga! Was ist das denn jetzt? Wieso steht da Easy Clap? Will mich EA jetzt dissen oder was? Wollen die mich dissen? Mein Vereins Name ist Hightower! Was ist das denn? EA nimmt mich, Hopps! Ey, diese Fliege packt mein Leben nicht! Die Fliege sorgt doch jetzt nicht dafür, dass ich ihn dort... Wo bist du? Alter! Die Fliege wird mich nicht brechen! Nein! Sie bricht mich nicht! Jaco, hi der! Hi Jaco! Was für eine Fliege! Ich bin die Fliege! Puuuum! Ja! Was für Fliege, Alter! Oder ist alles gleich? Nein! Bitte! Bitte! Mein Gott wirklich! Ich kann nicht trinken! Das ist Wahnsinn! Ich habe gesagt, ich glaube, ich werde mich nicht... Ich habe ghaut! Es wird mir wrogen! Ich habe mich nicht fertig! Am besten! Ich habe mich nicht in der Fliege! Weil dir sie sich gewöhnen! Ich hab mir gesagt... Ich habe mich nicht verstanden! Ich habe mich aber auch noch Zeit! Vielen Dank.